Willkommen zurück zu Let's Play von Minecraft, yeah, jetzt geht's weiter, schneller als ich dachte und ich kann mich nicht bewegen, weil das Spiel sich irgendwie nicht fangen kann. Ja, äh, geiler Start. So, heute habe ich gute Pläne, denn heute werde ich da draußen gehen, Leder sammeln für, ich bin jetzt gerade voll durcheinander, ich will Scrap Mechanic, äh, ich werde halt ganze Leder sammeln, damit ich wie die Rucksäcke zusammenbasteln kann. Oh, meine Fresse, ich muss mal kurz was einstellen, das geht absolut gar nicht. Ich nehme mal kurz die Chance runter, ein bisschen. So, hier. Bisschen scheiße gerade. Na, vielleicht sollte das jetzt gehen. Ist jetzt echt nicht schön anzugucken, ne? Ich habe hier aber sogar schon eine Kuh, das ist perfekt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob es Nacht oder Tag ist. Alter, das ist... Das stehe ich mir so rein. So. Okay, es ist Nacht. Natürlich, es ist Nacht. Alter. Ich drücke jetzt ein Doppel, äh, Shift für, für, Sprinten, dabei ist es ja Sneaken. Äh, wegen Scrap Mechanic. Das Spiel spiele ich auch häufig und das ist genau dazu, dass man mit, äh, Steuerung, Sneaklen und mit Shift sprintet. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Und ich hoffe, dass ich die Frames endlich fangen können. Das ist nämlich halt ein bisschen kacke, so. Und ja, ich möchte natürlich tags herausgehend nicht nachts wegen meinen zwei Herzen. So, komm, hier ist das Schotier, aber ich glaube, die habe ich ja so gehalten hier und die greifen mich jetzt zum Glück jetzt nicht an. Ich muss echt aufpassen. So. Ich will eigentlich so nicht mehr hierbleiben, also. Ich habe ein bisschen mehr gefangen, als ich dachte. Oh, was mache ich da? Falsches Instrument. Ich will nicht die Spille hauen. Na? Oh. So, zwei Leder schon mal. Schon mal ganz nett. Das ist auch eine Kuh. Alter, ich spiele eine falsche Taste. Oh, ja. Ihr könnt mir wieder raten, was ich vergessen habe, zu machen. Natürlich, ich habe ja vergessen, den Timer einzustellen. Ja, super. Ja, lecker. Timer. Timer, timer, timer. Ja, ich werde es überspringen. So, ich habe den jetzt einfach mal auf zwölf Minuten gestellt. Also, ich glaube nicht, dass ich schon drei Minuten gespielt habe, aber... Ich muss das dann auch immer sowieso ein bisschen weiter, immer. Bitte. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Das fiege ich mir, mich angreifen. Wo habe ich jetzt das eine Herz her? Ach, ja, stimmt. Ich dachte, ich hätte es wieder verloren gehabt. Ich hätte es doch verloren gehabt. Wo habe ich jetzt wieder das eine Herz her? Naja, auf jeden Fall... ...mache ich am meisten Nachschluss immer noch ein bisschen weiter und quatsche noch viel zu viel. Also, da habe ich die jetzt einfach mal auf zwölf Minuten gestellt, weil... Ja, auch wenn ich so lange gespielt habe. Und ich weiß nicht, ich sage es aber auch 10.000 Mal. Versuchen tue ich das tatsächlich, aber ich kriege es nicht hin. Ist zwar, an das mit dem Weh nicht reden. Naja. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich kriegen werde, aber ich werde es ja sehen. Auch das verdichtete Erfahrung. Uh, das klingt interessant. Das klingt echt interessant. Okay. Das ist cool. Falls ich das, falls ich das, falls ich das, oder? Ähm... Ich könnte mir natürlich... Hm. Ja, ich lasse das mal. Habe ich überhaupt noch Leder? Die ganze Anzahl von Leder? Da habe ich nicht hin, nur zwei Leder. Geiler Scheiß. Gut. Ist diese Folgeheit erstmal nur fürs Fangen, äh, fürs Jagen gewidmet. Ja, komm, es ist... So. Und wie immer versuche ich bei den Let's Place immer so zu sein, wie ich immer bin. Das... Zwar bin ich... So ein nerviges Ich, aber auch einer, der glücklich ist. Und nicht einer, der die ganze Zeit nur so... Ohne irgendwelche Emotionen redet. Also, es ist echt nicht lustig, sowas... Oder es ist echt nicht spaßig, sowas zuzugucken. Und... Ja. Deswegen werde ich... Da mal hoffentlich versuchen... Hier, ich selbst zu sein. Also, ja. Jetzt wäre mal down. Und sonst habe ich nichts, womit ich mich halten kann, oder so. Äh, ne, sieht nicht so aus. Ich muss noch eine Karte craften. Das ist auch nötig. Glaube ich. Dies, was ich mirke mir erstmal, meine... Meine... Mein, 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 äh... Koordinaten. Okay, 177... Minus 330. 177 minus 330. Merke ich mir mal. Ich bin leicht krank. Aber wirklich nur leicht, also... Das ist jetzt nicht so viel. Gut, äh, gehe ich jetzt hoch. Ich glaube, die Frames haben sich jetzt eigentlich langsam gefangen, auch wenn ich immer zwischen 40 und 50 Frames hier rumschwacke. Was echt nicht schön ist. Ich... 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 Ich schwimme zu einer anderen Insel. Also, äh, äh, Wand. So. Dann werde ich ja sehen, was so passiert. Ah, stimmt, ich kann ja nicht nach hinten gucken. Naja. So. Wenn ich mehr Leder finde und so. Mal sehen, ist hier irgendwas. Irgendwelche Tiere. Äh... Ich schwöre einfach mal weiter da lang. So eine Insel ist... Ich werde einfach von... Hier... Einfach hier so genau einfach so in diese Richtung schwimmen. Warte. Ja... Ja... Ich werde es sehen. Oh. Da halte ich mich, glaube ich, mal fern von. Oder? 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 Oh, das geht hier. Das kann ich natürlich mitnehmen. Das nehme ich gleich mit. Warte, Taste. Bitte macht ihr schon. Ich habe eigentlich Musik an, aber irgendwie hört man davon nichts. Tee kaputt machen. Tee für die Tee jetzt ins Wasser. Okay, es ist viel zu tief. Das will ich gar nicht ausprobieren. Okay, ich bin so kurz. Ups. So. Also, wir sind alle leer. Aber die Tee aktiviert ist jetzt nämlich schon Redstone Truhen. Ja. Nice. Komm. Okay, warte geht's. Ey, Timer. Ich brauche... Ich muss nicht sehen, Timer. Nicht ausgehen, Handy. Danke. Der Tee sieht interessant aus. Also, ich schätze mal nicht, dass er hier was drin ist. Hab ich auch einen Tee. Nö, hab ich nicht. Natürlich nicht. Ja, diese Häuser können wir eigentlich müssen helfen beim Geiden. Alter. Ja, Alter, was ist denn das jetzt für eine Ortschaft, ey? Gebiet der verlassenen TNT Häuser? Wahrscheinlich. Hm, hier könnte ich tatsächlich sogar vielleicht runter, aber ich riskiere es nicht. So, ha. Okay. Okay. Dieser Kohl in der Oberfläche. Oh, ist das so eine Blügel? Schwarze Lotus. Schatz Lotusblüte? Mal weiter. Hier sind mehr, aber hier sind keine... ...Tiere. Oh, hier ist eine Höhle. Und das Radio war alles. Hopp, hopp. Oh, ich hab. Ui, da war ein Viech, da war ein Viech. Ich hab ab. Tschüss. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ah! Das macht gar keinen Schaden. Was bist du? Was bist du? Oh, ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hab ja nie Konfirmation bekommen, wegen, wenn ich jetzt draufgehen sollte. Äh. Aber über ein Thema, was ich reden wollte, ist... Ich mache ja aber höchstwahrscheinlich sehr bald meinen neuen Kanal auf. Nur für meinen Let's Play, weil... ...diesen Kanal ist es ja sehr wenig relevant, das jetzt noch weiterzumachen. Ein besserer auf dem neuen Kanal, wo es nur darum geht. Und äh... Ich schätze mal, das könnte sozusagen ein Abschluss sein. Also das Let's Play geht natürlich weiter, sag ich jetzt mal so. Ich hab keine Konfirmation bekommen, aber ich hab... Es gibt bestimmt noch Leute, die wollen, dass ich... ...weitermache. Oder? Ich weiß es nicht. Ich werd's aber einfach erstmal machen, weil... ...ist jetzt blöd, oder ich kann's doch nicht so enden lassen. Ich mein, ja, sonst... Ich weiß gar nicht, wie ich das genau geplant hatte. Ich hab's nie wirklich durchdacht. Äh. Auf jeden Fall mach ich höchstwahrscheinlich meinen neuen Kanal auf. Für die Let's Plays. Und ab 50... Ups. 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 Und ab 50 Folgen. Wenn ich 50 habe, wär ich wahrscheinlich so ein kleines Best-Obs zusammenschneid von allen lustigen Sachen, die passiert sind. Fails. Und vielleicht auch guten Sachen, die passiert sind. Und ja. Das war Folge 39. Ich bin kaputt gegangen. Dann mach ich vielleicht mal Folge 40 auf meinen neuen Kanal weiter. Wenn es dann so ist. Ja. Dann. Dann ist jetzt scheiße. Naja. Äh. Also es wird in dieser Welt weitergehen. Ich werd dann natürlich später auf Reisen gehen, alles zusammensuchen. Also was mit Leder ist jetzt viel scheiße. Jetzt ist natürlich mein Leder weg. Ne, ich glaub ich... Ne, ich glaub ich... Ich hab's in der Truhe getan. Das ist gut. Allerdings muss ich mal eine andere Sache wiederholen. Also... Wir sehen uns... Dann... In der nächsten Folge. Wann auch immer sie rauskommen wird. Und ob sie auf dem neuen Kanal rauskommen wird. Das... Werden wir dann sehen. Also... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.